Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Urgroß-Oma, der Magdalene, ihr Urgroß-Oma ist ja da. Ich glaube, das ist heute unser ältester Gast. Schön, dass Sie wieder zu uns kommen. Liebe Sissi, liebe Florian, danke, dass wir bei euren Bauernhof wieder sein dürfen. Und wir haben gedacht, mit dem wir da ein kleines Blumenstreuschen machen. Und für die haben wir schon viel gesagt. Es ist immer schön, dass uns nicht den Hof zur Verfügung stehen, das ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen da heute den ganzen Tag Äpfel klauben, Sanzismus machen, so die Esel dürfen wir, das sind ein paar Eselbabys, die Hasen dürfen wir streichen. Es gibt ein tolles Buffet für Besandball. Und ganz besonders die zwei Schülerinnen, die spielen jetzt uns ein Stück vor. Teilen macht Spaß. Und wir haben natürlich Musikanten da und wir fangen jetzt gleich mit unserem Kindergartenlied an. Unser Herbstfest, gell? Und wie geht unser Kindergartenlied? Wir Waldkreuzchen-Kinder. Aber es sind nicht nur die Waldkreuzchen, da sind auch die Gras-Hypertones, müssen wir es zweimal singen. Und die Musikanten dürfen gleich ein wenig mitmusizieren, gell? Wir Waldkreuzchen-Kinder. Wir sind verknüpft und froh. Wir Waldkreuzchen-Kinder. Wir sind verknüpft und froh. Die Bäume und die Blumen, die Vögel und das Tier. Die haben wir so gerne, warum sind wir alle hier? Halli, hallo, Halli, hallo, wir sind zwei Kinder, wir sind froh, hallo, hallo. Und weil wir ja ein Apfelfest heute machen, gibt es auch ein Apfelfest. Die Kindergartenkinder bringen jetzt den anderen Kindern unser Apfelfest vor. Der kräftig mitzinger, in einem kleinen Apfel. In einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Denn es sind darin fünf Stücke, Kaffee in einem Haus. Die Lebenstüttchen wohnen, zwei Kerne, grau und weiß. Die Leben drin und träumen vom Leben und der Schein. Sie träumen auch noch weiter, gar einen schönen Traum. Die Amts, die werden hängen am schönen Weihnachtsbaum. Die Amts, die werden hängen am schönen Weihnachtsbaum. Sieh doch, Max, da sind die ganzen Äpfel. Golo, du hast alle Äpfel gepflückt. Was machst du denn mit den ganzen Äpfeln? Etwa alleine essen? Na klar, ich habe ja auch alleine gepflückt. Dann kannst du aber jetzt auch immer alleine spielen. Denn du kannst jetzt nicht nur unser Freund sein. Na toll, jetzt muss ich das Apfelfest absagen. Ivan, kannst du das bitte für mich machen? Ich brauche jetzt Ruhe. Na klar, aber das ist schon sehr schade. Nein, jetzt erst recht. Dann feiern wir eben ein Spannkuchenfest. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ja, ich habe da schon genug Mehl dabei. Los, das erzählen wir den anderen. Hey, Andi, hast du schon gehört? Das Apfel ist abgesagt worden. Was? Ja, warum denn das? Weil Golo alle Äpfel mitgenommen hat. Aber dafür machen wir ein Spannkuchenfest. Spannkuchenfest? Oh, das ist eine nette Idee. Ja, meine Freunde, die Hühner, haben mir ein paar Eier versprochen. Ich werde sie gleich holen. Oh, oh. Eier? Warum denn Eier? Keine Ahnung. Kinder, wisst ihr, wofür wir die Eier brauchen? Für die Pfannkuchen. Für den Teig der Pfannkuchen. Los, lass uns Max holen. Wartet, wartet. Oh, Golo, Reitzhals. Was willst du denn? Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe gemerkt, alleine essen ist doch nicht so schön. Wollte auch ein paar Äpfel haben. Aber wir machen doch jetzt schon ein Pfannkuchenfest. Wir könnten doch zu den Pfannkuchen die Äpfel essen, oder? Ja, tolle Idee. Seht, hier hat Anni die Eier abgestellt. Das ist aber sehr nett. Oh ja, nun können wir ganz viele Pfannkuchen machen. Wie schön es doch ist, doch noch ein Fest mit euch zu feiern. Gemeinsam ist es doch immer am allerschönsten. Aber leider muss ich schon wieder gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Golo. Tschüss, Kinder. Ich muss jetzt auch wieder weiter. Der Bau wartet auf mich. Danke. Danke für deine Hilfe. Und wir, wir gehen auf. Oder, Max? Ja. Lies den Button, die Pfannkuchen schon auf uns. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Applaus Siehe nur durch den roten Apel, er ist zu uns, er ist zu uns, Grund für uns alle. Sehr gesund. Und für uns alle sehr gesund. Schüss. Ziehe nur durch, ziehe nur durch den roten Apel, er ist zu uns, er ist zu uns, er ist zu uns, ist zu uns, er ist zu uns, für uns alle sehr gesund. Er ist zu uns und für uns alle sehr gesund. Ziehe durch, ziehe durch, durch den bunten Apel. Er ist zu uns, er ist zu uns und für uns alle sehr gesund. Ziehe durch, ziehe durch, durch den bunten Apel. Er ist zu uns, er ist zu uns und für uns alle sehr gesund. Ziehe durch, ziehe durch, durch den bunten Apel. Er ist zu uns, er ist zu uns und für uns alle sehr gesund. Ziehe durch, ziehe durch, durch den bunten Apel. Er ist zu uns, er ist zu uns und für uns alle sehr gesund. Ja, ich habe schon gesagt, du hast das gesagt, du hast das gehört. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Willst du eine Waffel haben? Ja, sehr schön, Buhl. Bitte. Das war die letzte. Bitte. Ich hätte ja was holen. Könnte was haben willst? Schau mal. Das darf man. Gehen doch holen Sie. Nein, wer ein Dreher geht jetzt. Jetzt noch. Das dürfen wir nichts Frisches zu machen. Ich suche ihn ja bitte, ich mag ja. Und wie gefällt Ihnen denn das Herbstfest da mit Ihren Händen? Ich will nicht, weil immer. Immer wenn wir da sind, ist natürlich das Wetter schön. Das stimmt eigentlich, gell? Der Magfeld. Ich bin aber zu Hause. Ich habe mich auch noch nicht gehört. Halbzeit. Ich bin aber- Ich bin aber- Es ist der Glame. Ich bin aber auch der Hände. Der ist auch all die, ich sage, wir haben jetzt einen Fall. Ich liebe dich. Wir sind aber- Es sind aber- WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Kirche ist in der Kirche. Jetzt führst du es ja nur los, ich möchte gerne bei der Mama trinken, weißt du? Ich liebe es! Schau, jetzt trinkt sie das Kleine! Peter, kannst du auf die Tüße aus? Eins, das ist gerade auch aus! Bitte ganz vorsichtig, weil die Kinder nicht hier drin sind. Eins, das ist gerade auch aus!